Game thorn Was ein Vieh gehört? Wahrscheinlich unter uns, oder? Hm. Auch so weit einer allein. Spielt's auch Fallout? Ui. Ich habe eine langweilige Bahn. Oh, nee, da geht's ja hoch. Guck mal. Also, das Design ist echt geil gemacht, ne? Vom gesamten Game. Nicht auch nix? Ne. Bestimmt nen Keller geben, oder sowas. Ey. Ich versuche nochmal, die Kugel. Die Kugel zu öffnen, ja? Das war witzig, Timo. Zu viel Kohlensäure drin. Ich meinte, häng geblieben seit ein paar Tagen. Okay. Aber das ist schon viel weiter, oder? Ey! Ich habe mit links geschossen. Ich meine, wo ist eine Coke hier öffnen, Mann? Schlosshammer. Nehme ich den auch noch. Das ist ein gefrorener Getränk. Aber das wäre es. Das wäre wirklich was. Also, das wäre egal. Jetzt die andere Coke. Oh, SirFoyer. Vielen lieben Dank für deinen Raid. Und herzlich willkommen an dich und deine Community. Wie, wer das geht? Habt ihr auch Fallout gespielt? Mit seinen Maulwürfen. Geil. Alex, auch dir herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Nordend Antistar. Auch dir einen wunderschönen. Herzlich willkommen bei euch. Naturfreizeit. Auch einen schönen guten Abend, ne? Klar, doch. Follows. Mein Game. Sehr geil. Ist der Feuer. Ist der Feuer? Ja, Entschuldigung. Ist wieder alles verenglischen hier, oder? Oh, du bist aber schon viel weiter, oder? Was für ein Level habt ihr? Komm ich denn da hin? Das ist jetzt der zweite Stream mit Fallout, ne? Also, ich bin noch nicht weiter. Guck mal. Auf Anhieb gefunden. First Try natürlich. Ist ja easy. Ich kann kaum erwarten, wie all diese 76er einen heigenspaß bei Wavy Willops haben werden. Aber auf der Slenderrutsche müssen sie aufpassen. Angeblich wurden da schon Kinder runtergeschleudert. Wie wäre es mit einer Verzichtserklärung? Hm. Okay. Komm, mein Bart funktioniert sogar richtig wieder. Der begrüßt jetzt auch wieder. Ist ja schick. 1400. Wow. Okay. Ein Alam? Wie weit bist du? Circa 32. Oh, dein Antistar auch. Danke für dein Follow. Vielen Dank. Er ist aktuell 1002 in dem Spock. Krass. Sehr heftig. Ich lade mit an ein Liter Bier, bitte. Naturfreizeit. Oh, danke für dein Follow. Vielen lieben. Vielen. Danke für den Clip, Johannes. Joe, wie ist es dir? Herzlich willkommen. Was geht ab? Wir machen ein bisschen Fallout. Aber dann wurde ich überrascht gerade. Mit einem Raid. So, aber ich glaube, diese Mission kennt ihr bestimmt, oder? Also hier die Tausender-Level mal nicht jetzt, ne? Muss ich das reparieren? Ich glaube, ja, ne? Ja, komm. Gehen wir hin. Ja, schöner Freizeitpark. Ach, Mann, Mann, Mann. Ne, Claudia, WB. Müssen musst du gar nichts. Ich weiß, ich weiß. Achso, ja, du meinst hier dieses, ähm... Aber wie hieß denn das? Ich hab schon wieder den Namen vergessen, ne? Das heißt, wo man auch schön auf die, ne? Körperteile schießen kann. Das kann ich auch aus den alten Fallout-Spielen. Aber ich bin irgendwie so ein Shooter, weißt du? Jetzt hab ich schon wieder vergessen, wo ich hin muss. Aber nicht vergessen, sondern in welche Himmelsrichtung hin muss, ne? Wetz, danke, sie. Ach, ja. Nach wie vor warm. Ja, bei mir ist alles gut. Bin ein bisschen müde, aber sonst geht's mir doch eigentlich ganz gut. Und dann ist er schon wieder Gegner. Ich bin schon gerade unverhofft auf Gegner gestoßen. Ja, sind natürlich Gegner. Ich bin hier für ein Loch. Ich bin nur auf Durchreise. Oh, jetzt. Aua. Flüchte. Ich will meine Aufgaben machen. Der ist aber hartnäckig. Ach gut, dass ich den Schuss schon bereit hatte. Oh ja, in allem. Gerade heute, ne? Boah, jetzt bin ich aber gut vom Weg abgekommen. Das sieht interessant aus. Müssen wir auch noch hin. Dann machen wir das zuerst. Ja, das haben die jetzt schon schick gemacht, ne? Oh ja, so nah sollte ich da nicht dran gehen. Ja, der Boden ist auch nicht gut. Okay. Was brummt denn hier rum? Oh nein. Oh nein. Na, das sieht ja auch einladend hier aus. Das ist aber nicht... Warum ist denn hier auch nichts zu sehen? Das ist schon wieder einer von diesen Banden, ne? Ehemaliger Agen nehme ich nur. Ja komm, wir gehen jetzt zum Haus hier runter. Nee, Joe, eigentlich nicht. Aber es, ähm... Ich glaube, da war mein Bot platt, oder? Beim letzten Mal, Dienstag. Da war es ja auch hier. Da war irgendwas mit meinem Bot nicht in Ordnung. Aber ich glaube, das hat generell jeder mit Stream-Elements. Jetzt mal kurz hier was gegen tun. Oh, jetzt habe ich zwei genommen. Shit. Na, guck mal. Unser nächstes Ziel. So, an die Fallout-Spieler spielt hier auch noch was anderes an Games? Oder nur Fallout? Ja, mal. Platz rein. Da wird schon rumgeschossen hier. Okay. Ich kann schon wieder nicht auf meine Fil... Ah. Boah, voll verzogen hier. Ja, jetzt schieß auf mich hier, ne? Ich helfe dir. Boah. Boah, daneben. Das ist dein Ernst, oder? Das Server antwortet nicht. So. Jetzt haben wir das Feuergewicht auch nicht für uns entscheiden können. Eine Hochaufs-Internet, genau. Ne, aber Joe, ich habe da überhaupt keine Sperre drin, dass da irgendjemand nicht raiden kann, der so und so viele Zuschauer hat. Also, ich werde auch mit ein, zwei Leuten geradet. Also, wie gesagt, da muss irgendwas wieder mit meinem Bot gewesen sein. Wenn ich sogar, wenn du Dienstag das probiert hast. Weil am Dienstag, ähm, war mein Bot komplett tot. Hat irgendwie nicht funktioniert. Irgendwann kriege ich keine Waffe. Äh, stimmt doch irgendwas nicht. Ich habe doch gerade noch mit der Pumpe geschossen. Ah. Ah. Enough in a potty. Ah. Enough in a potty.